1, 2, 3, 4 Ich habe sie gerettet. Hier bitten sie sich ruhig zu verhalten. Nehmen sie einen letzten tiefen Atemzug. Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein macht mich krank. Jetzt wird alles gut. Das verspreche ich. Also, fangen wir an. Wenn wir nicht mehr. Chrinken wir. Wenn wir nicht mehr.